Hallo meine Freunde, was geht? Willkommen zu REC zu einer neuen Folge von Let's Play. Es laggt ein wenig. Bulletstorm. Folklipp Edition. Wir... Hätte ich gerade eine Flasche gesehen? Irgendwo... Oder? Nee, scheint nicht so. Okay, gar nicht. Dann ballern wir erstmal alles weg. Entschuldigung. Okay, kurz. Nachladen. Okay. Was, du Lieben? What? Okay, ich wollte schon wieder Z drücken, um mich hinzulegen. Beziehungsweise hinzuhocken. So, kurz gucken, ob hier irgendwas ist. Nein, hier ist nichts. Alles klar. Klar nichts. Okay. Okay, der ist tot. Das war ein nicer Shot. Schön. Alles klar. Kurz hier gucken. Hier ist doch safe irgendwo eine Flasche. Irgendwo muss es hier eine Flasche geben. Nee, ich glaube schon. Ja, doch. Möglich. Vielleicht. Oder doch nicht. Was? Keine Flasche? Er kommt, Leute. Hier muss doch ein... Leute. Also. Jetzt. Okay. Safe habe ich einfach nur übersehen. So, wie ich mich kenne. Ach, denkt da jemand das Zeug hier? Unfassbar. Das Rezept können die gerne behalten. Okay. So, kann ich hier irgendwie eine coole Pose fürs Thumbnail haben oder so? So Menschenauflauf oder so? Oder so ein Kreaturen-Koch oder so. Aber ich glaube, das ist ein gutes Thumbnail. Ja. So, ähm. Da kommen wir nicht weiter. Ist hier noch irgendwas? Kann ich hier nicht irgendwie irgendwas holen oder so? Bei der Peitsche ranziehen? Schade. Gut. Jetzt brauche ich nur noch einen Namen für den Bart. Was wäre denn ein guter Name, Leute? Schaltet in den Kampfmodus. Gleich wird's heiß. Ist eine gute Sache, dass ich euch das frage. Na, ihr könnt ja auch so gut darauf antworten. Mit einem Livestream würde es gehen, ja. Aber jetzt... Was hat er denn gerade runtergebrochen? Wenn du vernünftig kämpfst, kommen wir vielleicht wieder raus. Okay. Ah, das ist ein Abgriff für unsere... für unsere Dings. Da oben auch noch. Jetzt ein Peilschner drüber ein. Ach komm, das war doch safe. Wo ist er? War der nicht da? Ach da. Okay. Alles klar. So, kurz mal einmal gucken, ob hier irgendwas ist. Nein. Ja, aber doch safe. Hat der getroffen? Hat der safe nicht getroffen, Alter? Komm mal runter hier. Ach komm. Ich treffe ihn nicht. Okay. Der ist besiegt. Hey, ist noch einer? Da ist noch einer. Okay. Oh, scheiße. Ich habe keine Muni mehr. Als ob der da so richtig dumm hochgeflogen ist. Was? Alles klar. Der war nice. Okay, Leute. So, kurz gucken, ob hier noch irgendwas ist. Scheint aber nicht so. Ich kann mir jetzt erstmal neue Muni kaufen. Herrlich. So, ähm. Detonation kaufen brauche ich nicht. Für die Sniper brauche ich eigentlich momentan auch nicht, ne? Würde ich sie lieber für die, also die Shotgun lieber wieder mitnehmen. Ah, ich habe auch noch keine Ladung dafür. So, und definitiv nochmal ein bisschen Muni kaufen. 32 reicht erstmal. Ja, doch. Reicht erstmal so. Würde ich sagen. Ähm. So, da oben hätten wir noch das. Boah, hat er das denn hingesch... Boah, der hat doch irgendwas runtergeschmissen. Schade. Das kann ich mir nicht holen. Ist ein bisschen unlucky, aber okay. So, Moment. Nutze ich gleich. Gucken, ob hier vielleicht irgendwas rumchillt. Nein, okay. Alles klar. Geh weg. Du auch. Das nachladen. Warten. Wuhu. Habe ich gerade ein bisschen gezuckt, ey. Hätte ich gerade ein paar, paar, paar Spacken. Aber okay. Nicht zwei gleichzeitig. Weg. Was war da unten? Los, komm. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Gib mir das mal. Komm schon. Jetzt kriege ich das nicht, ey. Okay. Ja, wir haben ja gerade keine Zeitprobleme eigentlich. Ich brauche... Ich brauche mehr Shotgun-Muni. Ich brauche einfach mehr Shotgun-Muni. Wenn wir mal vollkaufen fast. Sonst komme ich hier nicht so weit. Äh, muss ich hier lang? Ja, da muss ich lang. Gucke ich aber erst mal noch hier oben, ob noch irgendwas hier ist. Muss ja doch... Muss doch irgendwas sein, oder? Sonst wäre hier ja eigentlich kein Weg, weil hier oben hat ja auch keinen Gegner gechillt, glaube ich, ne? Oh nein, scheint nicht so. Ah. Okay. Dann halt nicht. Achso, das ist ein Aufzug. Ich dachte, das geht... Oh. Okay. Okay. Und... Fällern. What? Okay, da habe ich mich gerade ein bisschen durchgeklippt, wie es aussieht. Ein bisschen hoch in die Luft geklippt. Oh, no. Ich kann die noch nicht hitten. Was? Okay, gucken. Oh, Ishii, laufe doch nicht in den Weg. Haha. Ich liebe den Shotgun. Oh, Leute, er lebt ja noch. Kurz nachladen. Okay. Oben ohne. So geil, ey. Ah. Eine Flasche. Nein, ich hau sie mal kaputt. Scheiß auf trinken. Fünf Flaschen erst gefunden. Ich habe das schon gemerkt. Hatte ich nicht ganz viele? Aber die zählen wahrscheinlich dann alle nicht, ne? Du, er will vorsprinden, ey. Zieh hinter was? Nein, okay. Okay, kurz. Hier hoch und... Ey. Ach, was? Das hat nicht getroffen, Mann. Oh, lol. Toaster. Nice. Ich zieh doch nicht die Waffe an dich ran. Mensch. Oh. Nein, shit. Ich würde eigentlich das Ding da zum Explodieren bringen, aber das hat nicht so funktioniert, wie ich wollte. Alles klar. Wo bist du denn hier? Okay. Äh. Ich stecke fest? Hä? Hä? Okay, gut. Alles wird, alles wird. Ich habe nichts gesagt. Okay. Okay. Noch mehr. Okay, der ist weit geflogen. Nochmal schön den Toaster. Warte, habe ich da gerade wen gesehen? Ne, ne? Ich glaube nicht. Yo, ischi. Okay. 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 Ich hoffe, du hast es genossen. Hey. Wow. Nicht schlecht. Ach. Fick dich. Weißt du, wer wir sind? Ihr selbstmörderischen Schwachköpfer habt uns gerannt. Ganz ruhig. Dad Echo. Ihr abgefuckten Wichser seid ausgeflippt. Und habt 10.000 Männer, Frauen und Kinder umgebracht. 10.000 Unschuldige. Hast du gehört, Ischi? 5000 mehr als beim letzten mal Was sollte das überhaupt Ihr war total unterlegen Warum habt ihr keinen Warpsprung gemacht Wir hatten keine Wahl Bei dem Kopfgeld auf uns Mussten wir die Ulysses ausschalten Bevor Ganz ruhig Lass uns reden Wo wird er abgeholt Ja, ist sie Seine Hand ist In ihrem Körper Wir wollen doch nur von diesem Felsen runter Es ist viel zu gefährlich Für dich allein, Schwester Wir bringen dich zum Evakuierungspunkt Du bringst uns hier weg Ist doch fair Ja, aber wenn ihr mich nochmal anrührt Seid ihr tot Los geht's Hey, beruhig dich wieder Klar, wir können ihr nicht trauen Aber wir brauchen sie lebend Ich traue keinem von euch Und ich werde jeden von euch abknallen Wenn ihr mich hintergeht Es ist Tut mir leid Okay Prima Verschwinden wir In Ordnung Habt ihr das eben gesehen Was für ein Scheiß Als Ishi sie am Hals gepackt hatte Sind seine Finger Also Grafisch halt Sind seine Finger Durch Ihren Hals gegangen Sah schon Ja Witzig aus Okay Wir haben jetzt Trishka In unserem Team In unserem Team Okay 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 Okay, da kann ich nicht lang Alles klar Schade Aber wir haben da eine neue Versorgungskapsel, Leute Das heißt, erstmal gucken Haben wir jetzt vielleicht Wir haben die Shotgun Schade Was da überhaupt eine für gibt Weiß ich nicht Wir können uns nochmal ein bisschen Magazin kaufen 16 Schuss Reicht erstmal Wir haben ja auch noch Andere Waffen Also ist das ja alles Kein Ding Ich will halt die Ladung Auf jeden Fall freischalten Haben wir eine neue Sniper Okay Ist doch gar nicht schlecht Dann konzentrieren Sie sich Wenigstens nicht auf uns Das werden Sie noch Der einzige Ausweg führt dadurch Das war ich hab den Bot Sehr schön Immer schön ausschauen Nach dem, was wir hier so finden können Dann muss ich jetzt Muss ich jetzt wieder meine Shotgun wechseln Okay Erstmal Macht das mehrere Schüsse? Ah Ich hab dafür leider nichts irgendwie Gekillt bekommen Oh Wo ist der denn? Achso, da ist der Kopf Oh Aber ja Ich muss den Kopf Da nicht mehr treffen Stimmt Nun was? War gut Das war ein guter Shot Bin begeistert So Ähm Da unten Ach scheiße Gegen Baum In's Gesicht Da gibt es nicht Würde ich ganz gerne wieder meinen Shotgun mitnehmen Denn Shotgun Ist einfach Liebe Okay War doch klar, dass hier noch was ist Muni, schön Für die Shotgun sogar Für die Shotgun Das ist immer sehr geil Jetzt haben wir hier noch eine Flasche Oder so Scheint nicht so Müsstest du nicht verbrennen? Oh Der war gut Der war gut Der hat mir gefallen Wow What? Der ist dann Ichis Kopf abgeprallt Was? Der ist dann Was? Hier weitere Schwänze am Arsch Tschüssi Oh Nein Das war doof Das war viel zu doof Skulls heißen die Okay Dann kann ich Skullauflauf Oder so Für den Part Titel nehmen Klingt gar nicht mal so scheiße, oder? Könnte mich mal ein bisschen lauter stellen Merke ich gerade Nein, wieder von hier Och Mann Habe ich denn Oh Hey, ups Ich weiß nicht, ob ich da Ich den Nano-Bot noch zerstört habe Oder wieder zerstören muss Der einzige Ausweg führt da durch Bye, bye Haben wir da oben So'n, 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 so'n Dings Scheiße, heißt Der uns hilft Achso, ja Wir haben Schub Hubschrauber Schub, schub, schub What? Ich konnte grad nicht schießen What? Okay, da konnte ich grad nicht lenken So, bitte wieder Schrotze mitnehmen Kurz warten Und rüber Oh Tschüss, Nano-Bot Okay, und runter Liegt die Muni da noch? Ja, nice Geht ein bisschen mehr schrotzen, Muni Ich glaub, diesmal gehe ich Mit der Waffe durch Na komm Geht ein bisschen Noch mehr Skulls So Was? Was? Aber wieso sterben die denn nicht? Der da hinten nervt Okay Alter Okay Den hätt ich auch Sollen wir hier noch ne Flasche oder so? Hier weitere Schwänze am Arsch Ja, da kommen doch gleich noch mehr Oder nicht? Ja Wusste ich doch Hab ich den getroffen? Ich hab ihn Ich hab ihn getroffen Noch ein Anobot Ja, okay Hey Alter Der ist hochgeflogen Wo kommst du denn her? Ich komm hier nicht weg Hey Was? Okay, sorry Ich hab grad ein bisschen Dem besteuert Hey For real? Erstens, wo kam der her? Und zweitens Was hat mich grad getroffen? Hat der noch mal mich geschossen? Oder hat der Also, sah halt aus Wie so ein Nahkampfangriff Weil ich auch diesen Rückstoß hatte Die weg jetzt Mist Die sind voll dabei Ist doch gar nicht schlecht Dann konzentrieren Sie sich Wenigstens nicht auf uns Das werden Sie noch Der einzige Ausweg führt da durch Okay Ich hab keinen Bock Die Sniper aufzuheben Mach ich das lieber so Danke Ich treff nicht Ich hab getroffen Aber nur ein bisschen Also nicht gut genug So Jetzt bin ich unten Jetzt können alle herkommen Meinetwegen Ich wüsste wo sie sind Da ist einer Das war ein schöner Hit Achso Fliegen hier alle noch rum Läuft Der lebt noch Unsere Kugeln können diesen Schild Nicht durchdringen Ja Und Und Okay So Dann würde ich sagen Diese Diese Kanonen Also diese 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 explosiven Kackdinger da Die bewahr ich mich für den da hinten Auch Wie die dicken so So kurz da hinrollen Rüberschießen Oh das ging daneben Oh ich hab grad Oh Wo soll er hin Oh da oben Okay Schrotze geht auch Okay Okay Dann weiß ich Dann weiß ich Bescheid Alles klar So nochmal Werde ich nicht sterben Nochmal Werde ich nicht sterben So Gibt es noch einen dicken oder so Hör ich irgendwie Oder Hör ich einen dicken Also kratschen Die da grad so einen dicken Oder Ist das einfach nur ein normaler Ist ein normaler Okay Da ist noch einer Wo denn Ah noch einer Oder noch mehr Ja Und tot Der stimmt auch Da ist noch einer Hätten wir auch Den auch Das dürfte es jetzt gewesen sein Oder nicht So kurz gucken Ob ich irgendwo Noch eine Flasche finde Schein aber nicht so Ich habe ja gar nicht gesehen Okay Muni Kommt dir vielleicht Ein Checkpoint Weil ich dann Im Partgame Enden würde Na klar Natürlich ging es dir super Oh wir sind Muni voll Okay Hier brauche ich grad Nicht so viel Muni Deswegen lasse ich das einfach mal Hier kaufe ich mir gerne Nochmal ein paar Detonationsladungen Und hier kaufe ich mir Nochmal ein bisschen Muni voll Nochmal Ja das Komm dann kaufe ich mir auch nochmal Zwei Muni So Und hier auch nochmal Ein bisschen Okay Ach gut Ich bin Trashka Ich bin Gray Ich wurde ausgebildet Um nicht zu werden wie du Ach komm Leute Ich nehme danach einfach noch ein Part auf Das heißt ich brauche kein Checkpoint Ich hoffe es euch gefallen Wenn ihr A bewertet Den Part Wir sehen uns bei Das nächste Mal wieder Haut rein Haut rein Haut rein Haut rein